Die Demo von Charles Malphyr Das ist Apex Horizon HQ 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 Wir werden die Pre-Combat checks complete Helmet Cam ist operational Submersible Mode ist bereit AR Device ist aktiv All systems look to be nominal Wir sind bereit zu launch All right Serge listen up The situation is 24 hours ago We lost contact with Magnus Underwater City That's right The greatest technological achievement of the 21st century Filled with trillions of dollars Housing the best minds from around the world And using cutting edge technology just went dark Magnus was established by the combined effort of several nations So this is high on the priority list Magnus was established by the combined effort of several nations So this is high on the priority list The installation layout is pretty straight forward It's divided into two separate zones The public zone that houses over 4,000 guests and visitors And the very restricted military research zone Where only a limited amount of scientists and military And other personnel can access This is one of the most classified installations in existence Magnus has been redefining limits of underwater exploration Biological engineering and weapons research Therefore we cannot afford to lose signal with this facility With all of that being said Welcome To Magnus City Your primary objective is going to be to locate Dr. Albert Weir He's the chief scientist in charge of all the research You're going to need to retrieve him, restore the power, and report with a CIT rep to us as soon as possible And one last thing Be careful And good luck Code name surge Okay Wo sind wir? Was ist das denn für ne Funzel? Ich sehe gar nichts Press F for flashlight Ich sehe halt nichts Ich sehe halt nichts Ich sehe halt nichts By the way inside Äh Facility Okay Boah Alter Ist ja mal gar nicht creepy Kann ich hier irgendwas machen? Boah ey Was ist denn Was ist denn hier passiert? Okay Also wir sind auf jeden Fall unter Wasser Und Haben Sachen Und We Die 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 what also ich eigentlich habe jetzt das serum gefunden aber ich will nicht mutieren sowie kommen wir jetzt hier weiter also ja ich gehe mal aus wir müssen irgendwie hier okay okay kann ich okay ich kann ich kann in die hocke gehen ich das geht ich kann auch springen okay finden wir hier noch was access denied okay 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 jetzt die frage ja 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 bin ich nicht schon drin also ist das nicht in zeit zu finden jetzt nicht okay no ammo okay ich hätte gedacht dass wir hier jetzt auch vielleicht vielleicht irgendwie ein serum finden oder munition oder irgendwas was uns was was nützlich ist aber wie wir sehen sehen wir nichts leider okay hier geht es auch nicht weiter hier kann ich hier kann ich interagten was habe ich jetzt gefunden ich habe doch schon feind ja inside the facility ist ja okay habe ich ja ja aber was habe ich dir jetzt gerade aufgenommen ich hätte gerne mal ins inventar geguckt aber habe ich ein inventar ist ich im winter ich habe keine ja nun auf der runde durch so wir hatten vorhin noch einen noch einen weg der ging hier lang was Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. Ich kann hier nichts aufnehmen, ne? Ich gar nichts. Okay, ich glaube, dafür habe ich die Karte vorhin gefunden, gerade eben. Okay, Lex, Lex. Lex, ich, es friert alles, ich kann nichts, es, er hat wieder geladen. Take it! Er nimmt die Munition nicht. Okay, wir wissen, wir müssen uns merken, hier. 3 von 16, 46, was, 13 von 46. Okay, you got one ammo. Nice. What the fuck, was war das? Hä, ich will, warum, ich, ich kann nicht mehr zurück. Da war doch noch Munition. Okay. Hä? Ich kann nicht mehr zurück. I don't, ich, ich möchte auch nur die Munition. War das hier? Nein, hier war es auch nicht. No, 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 no. Hello? Okay. Er hat sich einfach nur da drinnen versteckt. Wir haben vorhin noch jemanden gesehen, der ist nach da gerannt. Von hier. Okay, hier ist niemand. Okay, die Tür geht nicht auf. Locate Dr. Wire's Office. Okay, hier ist es. Äh, äh. Von wegen, ich muss die Waffe, also das Knife nehmen für die Anomalie. Ich habe viel Schuss bekommen. Ich habe gerade so viel rausgejagt. Ey, ich höre doch noch hier irgendwas. Hallo? Ey, ich höre dich doch hier krabbeln, ey. Ich habe einen zittrigen Zeigefinger. Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Ich muss mich vielleicht auch mal ein bisschen schneller... Vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Okay. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Okay. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Videolog? Access Code? Videolog? Ich habe noch keine Ahnung. Und den PC kann ich auch nicht nutzen. Oh, mich gerade ein bisschen erschrocken vor dir, mein Freund. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Okay. Server Room? Warum ging denn gerade die Tür auf und jetzt nicht mehr? Warum kann ich denn jetzt da nicht mehr rein? Okay, aber hier müsste ich doch... Also hier müsste ich doch jetzt den Access Code finden, oder nicht? Aber wir sind ja jetzt hier im Server Raum. Pick up a Videolog. Okay. Wir haben, wir haben Videolog gefunden. Okay. Okay. Check out the Videolog on the Laptop in the Storage. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Good. Wir sind hier. Oh, Gott. Use PIN Code 5772 on the PIN Pad to proceed. 5772. Wo ist denn jetzt hier ein PIN Pad? Wo zum Fick? Wo war ich das? Hier? No, 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 no. No. Don't. Don't. Don't do this. This is great. Nee, ist nicht. Im Server Raum habe ich ja auch nichts gehabt, womit ich interagieren konnte. Bis auf mit dem, mit dem Lock. Okay, wir gucken mal hier weiter. Fünf. Fünf. Sieben. Sieben. Zwo. Access granted. Okay, Legs. 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 Ich habe Legs. Proceed to Dr. Wire's Office. Okay, also wir sollen wieder zu Dr. Wire's Office. Wie vorhin schon. Was? Ich. Was mache ich hier? Look of your Kanone. Ich will wissen wie viel... Okay. Ja, 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 ist okay. I, I get it. Okay. Okay, okay. Wir beruhigen uns wieder. Wir beruhigen uns. Dr. Dr. Office. Aber es ist nicht der Dr. Zzzz Off... Oh Gott, dem geht es nicht mehr so gut. Okay, ich habe keine Munition mehr. Doch, ich muss kurz nachladen. Ah. Ah, ah, ah. Kurz mehr, äh, abwischen. Ohhhhhhh. Also das Spiel macht eine Menge richtig. Grafisch auch. Die Ladezyklen sind manchmal ein bisschen laggy. Äh, da werden sie hoffentlich auch noch ein bisschen was optimieren. Aber ansonsten ist die Atmosphäre was da. Ich bin angespannt as hell. Und, äh, ist gar nicht mal so schön. Also für mich ein Spiel, also ist schon, oh Gott, ein sehr interessantes Spiel. Ich habe, ich habe Munition. I got ammunition. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Mir geht es gar nicht so gut. Ach so. Du kleiner Nasen. Yes, da liegt ein Kopf. Okay, mehr, mehr Health brauche ich aktuell nicht anscheinend. Wir laden wieder nach. Ey, ich schieße aber auch wie der erste Mensch ohne Anvisieren. Und ohne was, ich bin komplett, wenn der hier kommt, bin ich immer in Panik. Ach so, hier, hier, zu Health and Safety. Okay. Wir gucken weiter. Okay, hier geht es nicht weiter. Dahinter ist auch richtig, äh, Unruhe. Okay, wir sind wirklich full gehealt. Okay, ich habe auch nichts abbekommen. Okay, cool. Okay, wir haben jetzt ein bisschen was abbekommen, weil ich nicht gedacht habe, dass der Typ da kommt. Oh, was ist das denn hier? Ne Schottie. Jawohl. Ich weiß, du bist da. Re-Load. Okay. Was passiert? Was, 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 was? Ich habe keine Munition. Ich muss hier weg. Ich, lass mich durch. Lass mich doch durch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich wurde angedüddelt. Ist gar nicht so gut. Okay. Let's take a seat. Okay. Hä, von wo kommt denn der jetzt? LOL. Hä, von wo denn? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Schaden nehme von der Ecke oder ob das ein Bug ist. Okay. Damit seid ihr Geschichte. So, einmal sieht die Sache aus. Okay. Let's take a look. Ähm. Was denn? 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 Caution? Because of what? What is the problem? I don't know. Woher kommt man denn bitte auf die Idee, das so zu machen? Okay. Okay. Er zuckt noch. Okay, cool. Guck, 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 guck. Der Headshot hat nicht gereicht. Okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay. Okay. Safety Office. Ich brauche Communication. You know? Communication. Nicht Safety. Also Safety ist immer noch. Also Safety ist auch gut. Stellt mich nicht falsch. Aber ich... So Safety sieht das hier gar nicht aus. Fällt mir grad mal auf. So mit den Blutsachen. Jetzt kommt er hier. Jetzt kommt er hier. Okay. Okay, wir haben... ...keinen weiteren Schaden bis jetzt... ...benommen. So, hier ist aber auch nicht Communication. Hier ist... Also gut, ist eine andere Art von Communication auf dem Klo, aber... ...ja. Gut. Da hinten ist noch ein Loch. Hier kann ich nicht rein. Okay. Okay. Na, dann gehen wir hier mal durch das... ...ruminöse Löchlein. Und gucken mal, was uns hier so schönes erwartet. Wir wechseln mal auf die Schrotflinte. Warten kurz mal bei der Schrotflinte nach. Don't. Mach it nicht. Komm da nicht durch. Okay. Wie viel Schotts... ...kann denn so ein Viech fressen? Wir wechseln wieder auf die Pistole. Weil gefühlt war die Pistole ja besser als die Schrotflinte. Aber gut. Ich nehm's mal mit. Ach, du heilige. Sind wir jetzt in Communication? Okay. 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 So, was ist das hier? Äh... Disposal. Was? Waste Disposal. Okay. Chamber. Aquatic. Aber ich komm hier gar nicht rein, oder doch? Nein. Nein. Okay, warte. Wir gehen kurz hier hin. Uns heilen. Wir brauchen noch mal ein bisschen Heilung. So ein bisschen. Zumindest. No signal. Okay. Den kann ich nicht. Komm on! Komm. Äh, kommt der jetzt zu mir? Neee. 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 Okay. Der Jumpscare war wieder weg, weil... Lex. Ich hab keine, keine Munition mehr. Jo, ich hab keine Munition mehr. Das läuft ja mal richtig in die falsche Richtung. Aber gut. Aber gut. Let's... We try our best. Äh, ich... Ich kann aber nirgendwo von hier... Also, äh... Ja. Doch, hier kann ich hin. Bin ich nicht von hier gekommen? Nee. Nee, nee. Bin ich nicht. Meine Güte, ist... Okay. Na gut. Warte geht's. Ich bräuchte aber langsam mal Munition, wirklich, also wirklich, wirklich. Ist hier Munition, hallo, bitte, so ein bisschen, oder, ne, okay, da oben ist Munition. Okay, ich hab ein bisschen Munition bekommen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch für die Pistole? Nein, ich hab nur für die Stromflinte Munition bekommen. Ist es eventuell abhängig von der Waffe, die ich in der Hand halte, von was ich die Munition dann bekomme? Äh... Also wär ich jetzt nicht so begeistert... Okay. Okay. Okay, lass... Ich lass... Also gut, du... Ist für mich gar kein Problem. Ich geh woanders hin. Eh, ich kann nicht woanders hin. Okay. Das ist ne Sackgasse. Okay. Das heißt, ich muss jetzt ja doch, äh, hier hin. In die Backflow... Ich komm hier nicht rein. Okay. Aber, warte mal, hier geht's weiter. Oh ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Jo. Dankeschön. Oh ja. Nein. Management. Als ob ich ins Management gehe. Ganz bestimmt nicht. Warte mal, komm. Was für? Also, äh... Ja, mein Aim ist, äh... Not the yellow from the egg. Äh, muss man mal ganz klar sagen. Das lief dann schon mal besser Ich bräuchte Munition Ich wär so froh über Munition So ein bisschen Was war das? Ich sag ja, meine Schießereien sind nicht gut Das ist klar Okay, wo sind wir? Oh, hier geht's auch noch weiter Nein Es geht sogar noch höher Wer macht denn sowas? Ich will auch nur in Kommunikation Muss ich überhaupt noch in Communication? Ja, muss ich Warum? Gibt's hier? Codes, Codes, Codes Munition? Leben? Irgendwas? Nein Es wär auch zu schön Wenn wir einfach mal was bekommen, was uns gut tun würde Aber nein Es geht sogar noch höher So, aber da vorne ist doch Exit? Exit? Da vorne ist ein Exit? So, pass auf, jetzt geht's das doch Das mal weiter hoch Ja, ja Nice Nicht so nice Okay Nehm ich mit Nehm ich mit Einfach, weil ich's kann Oh Gott Okay, was ist hier hinten noch? Oh Gott, ich seh's doch Komm, hier hinten ist doch Superwater Genau Superwater So sieht ihr schon aus mit Superwater Okay, wir müssen Lass mich doch durch Karton Okay 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 Das sieht doch Gar nicht mal so Schlecht aus Hier ist Das steht doch Aus Ach nee, steht nicht Okay, da komm ich nicht raus Schade Wär auch zu schön gewesen Aber dann gehen wir einfach Mach mal weiter Okay, ist Ammonation Okay, ich wechs mal die Waffe Einfach um zu Okay Irgendwas hat sich geöffnet Ja, ja, ja Jetzt hat sich was geöffnet Lord, was bist du denn? Ich hab keine Munition mehr Good old Fuck the shit Ich bin sowas von weg hier Ihr könnt mich mal Arsch lecken Wir haben's geschafft Nice Wir haben's doch noch geschafft Ja Wenn ihr sehen wollt Wie Der Steve Dieses Spiel spielt Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen Gerne auch ein paar Likes da lassen Und dann werden wir mal gucken Dass wir das Spiel vielleicht Mal spielen Ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß Und danke fürs Einschalten Und wir sehen uns bei einem nächsten kleinen Projekt wieder Bis dahin sag ich erstmal Reinhauen Das war's für ein paar complete Für ein paar